Willst du ein Studium mit College Tennis auf höchstem Niveau verknüpfen? Willst du wettkampfmäßig Tennis auf leistungssportlichem Niveau unter professionellen Bedingungen und in hervorragenden Anlagen spielen und trainieren? Willst du dein Potenzial voll ausschöpfen und gleichzeitig alle Kosten für Tennis und Studium abdecken? Nun fragst du dich wahrscheinlich, wie kann ich das alles erreichen? Die Antwort ist, als Tennisspieler an einem College in den USA mit einem Tennisstipendium. Und College Scholarships USA hilft dir dabei. Was ist ein Tennisstipendium? Ein Stipendium ist die finanzielle Unterstützung, die Studierende von einem College oder einer Universität bekommen, damit sie sich das Studium dort leisten können. Es gibt unterschiedliche Arten von Stipendien. Sportstipendien für besondere Fähigkeiten im Bereich Sport, akademische Stipendien für besondere Leistungen in Studium und Tests, internationale Stipendien speziell für internationale Studierende. Ein 100%-Stipendium im englischen Full-Ride deckt die Kosten für Studiengebühren, Unterkunft und Verpflegung und auch die Ausgaben für Studienbücher ab. So musst du selbst nur noch für Nebenkosten aufkommen. Im Sportbereich werden an Hochschulen in den USA hohe Summen investiert, um die besten Sportlerinnen und Sportler zu bekommen. In keinem anderen Land der Welt bietet sich diese Möglichkeit in diesem Umfang. Die Nachfrage nach internationalen Sportlern für die Colleges und Universitäten ist hoch, weil die amerikanischen Trainer nach den größten Talenten für ihre Teams suchen. Wenn du ein talentierter Tennisspieler bist, ist auch für dich diese Gelegenheit zum Greifen nah. Wer wir sind College Scholarships USA bietet talentierten Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt diese einzigartige Chance. Wir handeln für unsere Kunden Stipendien aus und ermöglichen dadurch die Verbindung von Studium und Tennis auf höchstem Niveau. CS USA wurde 2007 von Stuart Stammer aus Ivesham, England und Kim Moe Krohn aus Oslo, Norwegen gegründet. Wir sind spezialisiert auf die Talentsuche im Bereich Sport. Wir unterstützen Sportler aus 26 Ländern und allen fünf Kontinenten der Welt. Wir vermitteln unsere Kunden an über 3000 Hochschulen in den USA. Der Firmensitz von CS USA ist in London, Großbritannien. Ein weiteres Büro befindet sich in München, Deutschland. CS USA genießt einen fantastischen Ruf und vermittelt Sportlerinnen und Sportler unter Berücksichtigung ihrer sportlichen und akademischen Fähigkeiten an die bestmöglichen Hochschulen. College Sport und College Tennis In den USA ist College Sport eine Riesensache. In einigen Sportarten kann sich der College Sport durchaus mit dem internationalen Profisport messen. Die besten College Sportler sind Berühmtheiten und Ikonen. Im American Football spielen die Teams oft vor 80.000 Fans. In dieser Atmosphäre bestreiten die College Sportler ihre Wettkämpfe, die jede Woche von Millionen Fernsehzuschauern über den Sender ESPN mitverfolgt werden. Willst du der neue Star am Campus werden? Wird durch die Unterstützung von CS USA und ein Tennisstipendium das Studium in den USA leistbar? Unsere Erfolgsstatistik? 100% unserer Kunden haben ein Angebot für ein Stipendium bekommen. Alle Tennisspielerinnen erhielten mehrere Angebote für 100% Stipendien an vierjährigen Hochschulen. Die durchschnittliche Stipendienhöhe beträgt 22.840 Dollar pro Jahr. Fülle auf unserer Webseite kostenlos das Assessment Formular aus und finde heraus, ob du dich für ein Stipendium in den USA qualifizierst. Unter www.csusa.de College Scholarships USA. Pursue Vision.